Ey, Dittmus. Ey, Dittmus. Ey, Dittmus. Rot, Gelb, Blau, lass den Urmenschen heraus. Hey, hey, hey. Willst du auch, nimm das Ticket, leg es rauf. Kein, ne? Na du? Servus. Bist du wieder froh? Ja, es geht wieder los. Ja, schön. Ich kann wieder spielen hier. Guck mal. Man hört noch nix. Spielen. Und hier können viele Reklau und Knöpfen. Hey, na, und was machst du so? Ich mach meinen Job. Was steht jetzt an? Zigarettenhalter bin ich. Wiss ich nicht, was ansteht, darf nur Zigaretten halten. Und ruchen. Hey, wir machen jetzt einen Soundcheck. Für den guten Sound nachher. Oh, la, c'est parade. Ihre Songs. Ihre Hits. Oh, la, c'est parade. Jungen Kids ohne Schlitz. Ha, 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 ha. Das ist super. Yeah, ha. I wonder if you know, how do you feel tokyo. If you see me, then you need me, then you know you have to go for some fuel, yeah. Drift, drift. Loser Senja. Hey, oh, im Video dann wieder. Scheiß Gemmels-Fatze. Das war bei, oh, im Video mal. Den meisten, den meisten Kommentaren wurde. Guck mal, die scheiß Gemmels-Fatze. Hallo. Ich bin der Praktikant. Fräule hat mir endlich die Chance gegeben, mich zu beweisen. Ich bin ihm auch sehr dankbar für diese Chance. Und er guckt gerade, ich muss so tun, als würde ich das machen. Ich check die Mails, Bräule. Das machst du da? Ich check die Mails. Okay. Mach ich dir auch ordentlich. Ja. Nur Probleme. Nur Probleme macht er. Ja, ja, ich gucke doch. So, wir machen heute mal aber schöne Brötchen für unsere Crew. Die arbeiten nämlich draußen immer sehr hart. Was ganz Feines aus Italien. Den nehmen wir hier auf ökologische Holzkabel und schmieren ihn einfach mal drauf. Dabei ist zu beachten, dass es nicht zu dick ist. Abstreichen. Wenn es zu viel ist, ruhig mal noch was mit runternehmen. Wieder zurück. Dann nehmen wir uns Feinstig-Flügel-Motardella aus Freilandhaltung natürlich. Biologisch. Hände sind frisch desinfiziert, also ist auch kein Problem, reinzukreifen. Die falten wir einmal in der Mitte, die kommt dann drauf. Dann geht es weiter mit einer Feintomate. Dazu ein Scheibchen Gürkchen und dann schön mit Liebe reingespießt. Und dann habt ihr hier einen wunderschönen Snack für zwischendurch. So, jetzt bringen wir unseren fleißigen Mitarbeitern das Essen fertig trainiert mit einem kleinen Snack dabei. Wichtig ist die Handhaltung, auch mehrere Teller wegzubekommen. Ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal gucken. Auf geht's. Euer Star-Koch hat euch was zubereitet. Mh, lecker. Dankeschön, Brüderchen. Norman. Werkschaftspause. Mh, ooooh. Mh, die f***. Ja, fast richtig. Sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt das anlegt. Cooler Rap. Cooler Hip-Pop. Für coole Kids mit einem Skate 4. Yo, 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 uh. Keine Part, keine Part, keine Party ohne mehr Keine Part, keine Party ohne Kokain Keine Part, keine Part, keine Party ohne mehr Keine Part, keine Party ohne Kokain Finsch, der hier ist, Finsch, der hier ist Er wird bald hin, dass ich Chicks, die er im Hinterhof fickt I have no condition, no Ausdauer But this is no problem, because I have fat on my body And the large penis, do you want to see my penis tonight? Danke schön, Flick out! Mach mal ran bitte! Digga, Alter, ich hab hier schon diese Fühle, ich hab hier ab Ich guck in den Ofen Wir bitten Sie darum, alle unbedingt elektronischen Verbraucher Die bei Spitz 2 seine Nico Delle oder auch ein Kriegschhang Für Shining Rain! Hey, we are Regions of the night Come on, stay We must reign it on the land This is religion And the beat of the heart The breaking system Bridges of love Gons and the rain Gons and the rain Gons and the rain I thank everyone who was here today All the people Thank you I hope you could break it up Come on to home Thank you Be careful 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 Be careful